Herzlich willkommen wieder zum singenden Adventskalender, heute mit Dietrich Eichenberg und Dietrich Mayer aus Flethmark, die für uns Cello und Flöte spielen und uns einladen, das Lied Nummer 1 im Gesangbuch »Macht hoch die Tür, die Tormacht weit« mitzusingen. Lasst uns singen. Das Lied Nummer 1 im Gesangbuch 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020